Wie kann man den Dajjal erkennen und wie soll man sich schützen vor ihm? Schützen, indem wir welche zehn Ayat von welcher Surah lernen. Die ersten zehn Ayat von Surat Al-Kahf. So schützen wir uns. Die Frage ist dann, wie erkennen wir ihn? Der Dajjal wird ein Merkmal haben zwischen seinen Augen. Was steht zwischen seinen Augen? Kafir. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Wer kann das nur lesen? Nur? Nur die Gläubigen. Kein anderer. Wenn ein Gläubiger des Lesens unkundig ist, kann er es trotzdem lesen? Antwort ja. Er wird es trotzdem lesen können. Subhan al-Malik. Allah wird sie für ihre Fitna schützen. Bi-Izhn-Illah, Samir Al-Alim.